Und auf der Matte 3 geht es weiterhin in der Gewitztasse bis 71 Kilogramm. Tomasz Kierpitz, SG Weidendorf gegen Dario Schmidt-Huber, ebenfalls von der SG Weidendorf. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Tomasz Kierpitz, SG Weidendorf gegen Dario Schmidt-Huber, ebenfalls von der SG Weidendorf, P, blau. Bianca, Feuer, komm! P, blau. 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 Danke, geht's dir ruhig, geht's dir ruhig. Jawohl, okay. Rot, P0. Eins, rot, jawohl. Finger frei, raus. Geht, 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 geht. Geht, 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 geht. Komm, los, hoppieren. Ein, zwei, drei, drei. Auf, los, 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 los. Geht. Komm her! Komm her! Zeit! Nächster Kampf auf der Mathe 3, Malik Kirtoglu, TSV Die Münster gegen Michael Wittmeier, TSV Inningen, Mathe 3.